Ich liebte es. Ich liebe es. In der ersten Staffel ging es sowohl optisch als auch schauspielerisch darum, die Rollen vorzustellen. Das hatte manchmal etwas von einer Seifenoper. Einer großartigen Seifenoper, meiner Meinung nach. Dieses Jahr sind die Rollen bereits etabliert, weil die Zuschauer sie aus der ersten Staffel schon kennen. Jetzt lernen wir die Feinheiten ihres Innenlebens kennen. Und vielleicht bauen die Zuschauer so eine engere Beziehung zu ihnen auf. In der letzten Staffel ging es eher um die Problemchen der reichen Leute. Man ergötzte sich an ihrem komfortablen Leben. Dieses Jahr geht es härter zu. Es ist ein bisschen grittier, dieses Jahr. Es ist ein bisschen grittier, dieses Jahr. Das Jahr geht es.